Okay, dann lassen wir die Laure jetzt mal laufen. Vielleicht kannst du das Oberteil ausziehen. Geht das? Hast du ein bisschen geübt? Ja. Hast du Germany's Next Topmodel schon vorher geguckt? Immer. Gut, dann weißt du ja, um was es geht. Okay, dann machen wir die Musik ein bisschen lauter. Hallo. Okay, Laura, zeig uns, was du drauf hast. Vielleicht bin ich ganz so böse. Die Schultern ein bisschen mehr nach hinten. Zieh dich mal ein bisschen größer. Kopf gerade. Aber wie macht sie das, die Laura? Macht sie das gut? Ja.